Hallo, Armin Staud mit einem neuen Photoshop-Tutorial in unserer Playlist, die sich nur um das Freistellen dreht. Jetzt habe ich doch tatsächlich letztens für meinen Sohn ein biometrisches Passfoto machen müssen. Ja, sowas kann ich auch. Und habe gedacht, ey, das Foto, so toll das ist, das kann man doch einfach mal für so ein Tutorial benutzen. Also wie stelle ich das frei, dass das so halbwegs realistisch aussieht. Ja, es ist ganz okay. Aber ich bin jetzt nicht so der Profi mit Composings, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich mache das nicht gerne. Warum auch immer. Aber trotzdem muss man ja ab und zu mal so Porträts freistellen. Das ist ja gar nicht so schwer. Wir gehen jetzt mal einfach auf das Ausgangsbild. Das habe ich mal vorbereitet. Das ist einfach ein Bild mit einem weißen Hintergrund. Falls ihr den Trick wissen wollt, ihr nehmt einfach die größte Softbox, die ihr habt, stellt die auf einen ziemlich hohen Wert und dann fotografiert ihr euer Modell ohne Licht von vorne. Und wenn ihr dann fotografiert und hinten der Hintergrund weiß ist und euer Modell schwarz ist, also fast schwarz ist, dann habt ihr die richtige Einstellung für die Softbox hinten und dann kommt das Licht von vorne, also zum Beispiel hier mit dem Beauty-Tisch oder so und dann kriegt ihr irgendwie ein Foto mit einem perfekten weißen Hintergrund, den ihr kaum noch bearbeiten müsst. Wenn der Profi das hier sieht, dann denkt er sofort an eine Methode, das freizustellen. Das ist nämlich die Blend-If-Methode. Die Blend-If-Methode ist eigentlich ganz einfach, hat aber viele Probleme dann hinten heraus, sodass man das letztendlich gar nicht mehr nutzen kann. Trotzdem muss ich die zeigen, weil einfach der Vollständigkeit halber ist das wichtig. Wenn ich nämlich einen Doppelklick auf die Ebene mache, und zwar nicht auf den Namen oder das Symbol, sondern irgendwo, wo die frei ist, dann bekomme ich hier meinen Ebenenstil-Dialog. Und dann kann ich von der oberen Ebene, das ist dieser Balken hier, da steht Mischen-Wenn, da kann ich zum Beispiel weiß abziehen. Und ihr seht daran, dass das Bild fast, also sagen wir mal so, wenn der Hintergrund wirklich perfekt weiß ist, dann wäre er jetzt schon komplett weg. Das heißt aber, dass es hier noch ein Verlauf drin ist. Also wenn ein Hintergrund wirklich weiß ist und ihr nur einen Tick nach links geht, also hier so auf 252 oder sowas, dann müsste der schon perfekt freigestellt sein. Da das aber nur ein billiges Passfoto war, war mir das egal. Das heißt, ihr geht jetzt einfach hier mit dem Regler so weit raus, bis das irgendwie alles, das weiß, weg ist. Und dann nehmt ihr die Alt-Taste und müsst diesen Regler jetzt teilen, weil jetzt habt ihr eine total harte Auswahl hier drumherum, mit der man nicht viel anfangen kann. Das heißt, man muss diesen Regler teilen, damit man eine weiche Auswahlkante bekommt. Das kann ich jetzt aber überhaupt nicht beurteilen, ob das richtig ist, weil man kann diese Kanten nicht wirklich sehen durch dieses Hintergrundmuster. Deswegen breche ich das Ganze noch mal ab. Ein Profi, der macht das nämlich folgendermaßen, der erstellt sich erstmal eine Farbfläche. Und diese Farbfläche, ich nehme meistens so ein ekliges Grün, stellt die halt auf irgendeine extreme Farbe, die sich von eurem Motiv unterscheidet, ein. Und die muss aber unter diese Ebene, okay? So, und jetzt machen wir das Ganze noch mal. Jetzt kann man das nämlich besser beurteilen. Nämlich, wenn ich jetzt das Weiß ausblende, dann sehe ich an dem Grün, wo ich quasi freigestellt habe. Dann teile ich diesen Regler und kann damit weiche Kanten erzeugen. Das muss ich dann halt ein bisschen ausprobieren. So ungefähr. Und ihr seht ja schon das Problem, weil es ist nicht nur Weiß um das Motiv herum, sondern es ist auch Weiß im Motiv drin. Und um das regeln zu können, braucht ihr halt einen Trick. Der Trick ist nämlich der, dass ihr jetzt diese Ebene in ein Smart-Objekt verwandelt. Weil für Photoshop sind diese weißen Pixel alle noch da. Das heißt, ich könnte jetzt nicht hier mit einem Befehlsklick auf die Miniatur eine Auswahl von meinem freigestellten Motiv bekommen. Ja, weil für Photoshop sind alle Pixel noch da. Das heißt, ich kann jetzt hier mit... Huch, was habe ich denn jetzt gemacht? Was war denn das für ein... Achso, ich habe auf Befehl S geklickt. Sorry. Ja, also ich wollte auf Befehl D klicken, um die Auswahl aufzuheben. Ihr könnt also mit normalen Auswahlmethoden, könnt ihr jetzt hier nicht an diese Freistellung rankommen. Das heißt, das geht eigentlich nur für Motive. Also wenn ihr jetzt in diesem Modus bleiben wollt, mit der einfachen Ebene, das geht nur für Motive, die innerhalb keinen Weiß haben. Und die so harte Kanten haben, dass das funktioniert. Weil hier seht ihr gleich an den Haaren, dass wir hier Problemzonen haben. Wenn ihr das aber so verwenden wollt, ja, dann macht ihr das folgendermaßen. Ihr macht hier ein Smart-Objekt raus und rendert das Smart-Objekt. Ebene rastern, okay? Und jetzt ist sie freigestellt. Das heißt, ihr habt jetzt eine normale Ebene. Jetzt habe ich aber... Welchen Fehler habe ich jetzt gemacht? Ich habe mir keine Kopie von meiner Ebene hier gemacht. Ja, das ist natürlich ein ganz dummer Anfängerfehler, weil jetzt müsste ich nämlich meine Kopie nehmen, könnte hier eine Maske draus machen und dann könnte ich diese Teile wiederholen. Das ist aber jetzt eigentlich nicht das, was ich euch heute zeigen wollte, sondern Photoshop ist inzwischen so gut, dass wir hier ganz anders arbeiten können. Jetzt gehen wir nochmal auf diese Ebene. Das ist jetzt noch unsere Ausgangsebene. Diese Farbfüllung behalte ich mal, falls wir die nochmal brauchen. Jetzt gehe ich auf das Schnellauswahl-Werkzeug und klicke hier auf Motiv auswählen. Ja, das dauert ein bisschen. So, und um jetzt zu überprüfen, ob die Auswahl okay ist, das habe ich euch schon in einem anderen Video gezeigt. Einmal auf die Taste Q klicken, dann sind wir im Maskierungsmodus und dann könnt ihr schon mal beurteilen, ob der das hinbekommen hat. Das ist natürlich jetzt mit einem weißen Hintergrund relativ einfach, aber letztendlich wird das gar nicht so einfach sein, weil wir auf jeden Fall an den Haaren ein Problem haben werden. Das Problem ist nämlich folgendes. Wenn wir etwas freistellen, dann ist es immer von großem Vorteil, wenn wir schon wissen, worauf wir das Motiv freistellen wollen. Das heißt, wenn ich das jetzt quasi abstrakt mache, das heißt, ich stelle jetzt einfach nur dieses Motiv, dieses Porträt frei, ohne zu wissen, welcher Hintergrund dahinter kommt, dann funktioniert dieses Werkzeug anders. Ich habe das wirklich ausprobiert vorher und das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, dass das jetzt im weiteren Verlauf eine große Rolle spielt, welchen Hintergrund wir nehmen. Weil normalerweise ist es ja so, wenn wir ein Porträt haben auf weißem, also auf rein weißem Hintergrund, dann ist auf jeden Fall jeder Hintergrund, den wir einsetzen, dunkler. Es kann ja nicht heller sein, weil heller als weiß geht ja nicht. Auf jeden Fall ist jeder Hintergrund, den wir einsetzen wollen, dunkler und wir bekommen immer helle Ränder. Und diese hellen Ränder, die machen das Freistellen so schwer. Okay, ich drücke jetzt nochmal auf Q und jetzt können wir ja einfach mal eine Maske daraus erzeugen und die Farbfläche hier anschalten. Ja, und jetzt sehen wir, okay, das sieht jetzt in dieser Ansicht okay aus, ja, aber diese Ansicht ist unrealistisch. Ja, diese Ansicht ist unrealistisch, weil dieses Grün ist nur eine Hilfsebene. Das heißt, ihr solltet immer dann nur freistellen, wenn ihr auch schon den Hintergrund habt. Ja, außer es gibt ja auch manchmal andere Gründe, um etwas freizustellen oder so, aber in der Regel ist es so, wenn wir jetzt ein Composing machen, einen Himmel austauschen wollen oder so, dann wissen wir ja in der Regel das schon, ja. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal dieses Bild hier, das habe ich vorbereitet und hole mir das mal in meinen Dingsbums darüber, in meine andere Ebene. Das müsste unbenannt zwei sein. Ja, die muss natürlich in den Hintergrund, ja. Und jetzt kann ich auch diese Farbfüllung löschen, weil die brauche ich nicht mehr. Und jetzt seht ihr das, was ich meine, ja. Das heißt, wir haben hier überall unrealistisch helle Ränder, vor allen Dingen in den Haaren. Das Problem ist natürlich, dass bei einem Composing nehme ich jetzt ein Bild, was offensichtlich direkt gerade von vorne ein Licht bekommen hat. Aber das eigentliche Licht im Bild, das kommt von, wo kommt denn das her? Ungefähr so hinter dem Kopf, ne. Das ist im Grunde, wäre das eine Gegenlichtaufnahme. Die müsste eigentlich ganz anders aussehen. Aber auf so Details kann man ja auch nicht immer achten, ja. Es ist natürlich perfekt, wenn das Motiv, was wir freistellen und einsetzen wollen, irgendwie den gleichen Lichteinfall hat, wie unser Hintergrund. Aber das ist halt relativ selten der Fall, ja, dass das so perfekt passt. Da müsste man ja schon ein Composing im Kopf haben und extra dafür Fotos machen. Ja, dann hätte ich dieses Foto natürlich anders gemacht, ja. Das heißt, das müssen wir dann im weiteren Verlauf beachten. Jetzt haben wir ja schon unsere Maske, aber die mache ich jetzt lieber nochmal, weil ich habe tatsächlich herausgefunden, dass diese Automatikfunktionen auch Rücksicht darauf nehmen, was wir für einen Hintergrund haben. Deswegen mache ich das einfach nochmal, ja. Ihr könnt das ja zu Hause mal ausprobieren, an euren Rechnern, ja. Einfach mal mit einem grünen Hintergrund, wie ich eben oder mit so einem Hintergrund. Jetzt machen wir da einfach eine Maske draus, ja, ohne die jetzt hier in diesem Modus, in diesem Modus nochmal zu verfeinern. Das heißt, wir machen jetzt direkt eine Maske daraus und können dann mit einem Doppelklick auf die Maske, vorausgesetzt, ihr habt das in euren Voreinstellungen so eingestellt, ja. Deswegen ist der Doppelklick eigentlich nicht okay. Also in den Voreinstellungen von Photoshop könnt ihr einstellen, ob man mit einem Doppelklick auf eine Maske in Auswählen und Maskieren kommt, ja. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Maske seid im Eigenschaftenfeld. Könnt ihr auf Auswählen und Maskieren klicken oder wenn ihr in dem Schnellauswahlwerkzeug seid, könnt ihr hier aus Auswählen und Maskieren klicken und ich mache das immer mit Befehl Alt und R. Das ist der offizielle Kurzbefehl, ja. Und jetzt hat das Photoshop schon eingebaut. Wenn ihr zum Beispiel, was ich eben simuliert habe mit der grünen Ebene, hat Photoshop quasi schon eingebaut, nämlich hier, okay. Und hier ist die Transparenz, die ich einstelle. Das würde jetzt zum Beispiel meiner Hilfsebene entsprechen, ja, weil Photoshop ist ja nicht doof. Die wissen, aha, alle haben das früher einmal so gemacht. Die haben sich eine Hilfsebene gemacht, um das beurteilen zu können. Jetzt habt ihr hier oben verschiedene Modi, die für verschiedene Situationen irgendwie praktisch sind. Da wir jetzt schon einen Hintergrund haben, nehmen wir hier Zwiebelschicht, ja. Weil jetzt sehe ich nämlich einfach meinen Hintergrund. Das ist jetzt das Bild unmaskiert und wenn ich die Transparenz auf 100% einstelle, dann sehe ich auch zu 100% mein Bild. So, und jetzt kann ich mit der Arbeit anfangen, okay. Jetzt brauchen wir, gerade bei den Haaren, brauchen wir dieses Übergangswerkzeug. Ich vergesse immer, wie das heißt. Wie heißt denn das? Das heißt, Kante verbessern Pinselwerkzeug. Und jetzt kann ich mit den ganz normalen Kurzbefehlen, also jetzt mit Leertaste und Befehlstaste, kann ich jetzt hier reinzoomen. Ich hoffe, dass das auf dem PC auch so ist. Das weiß ich zum Beispiel nicht. Ja, und kann jetzt hier einfach über diese Ränder gehen. Jetzt bilde ich mir ein, wenn ich jetzt mit dem Kreuz hier auf die Haarfarbe klicke, dass das besser funktioniert, als würde ich jetzt in den Himmel hier reinklicken. Ja, das könnt ihr ja auch mal ausprobieren, ob da bei euch ein Unterschied ist. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht 100% sicher. Und jetzt ist es eben so, wenn ich jetzt mit diesem wirklichen Hintergrund und diesem Werkzeug hier arbeite, ja, dann bezieht der nämlich diese Hintergrundfarbe mit ein. Wenn ich jetzt aber auf dem grünen Hintergrund mit meiner Hilfsebene arbeiten würde, dann würde diese Freistellung, die ich dann nachher auf den Himmel hier projizieren würde, ganz anders aussehen. Ja, das würde jetzt zu lange dauern, wenn ich euch jetzt diese ganzen verschiedenen Fälle zeige. Aber das könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Macht das einmal mit einer Hilfsebene und macht das einmal mit dem wirklichen Bild, was ihr austauschen wollt. Ja, und wenn ihr schon ein Bild habt, was ihr als Hintergrund nehmen wollt, ich meine, wozu soll man dann noch diese Hilfsebene nehmen? Das ist Blödsinn. Ja, okay. Und jetzt seht ihr auch gleich hier, dass selbst mit diesem tollen Werkzeug ist es so, dass ich hier noch solche komischen farbigen Ränder habe, die unrealistisch sind. Das heißt, dass das auf jeden Fall dann noch nicht fertig sein würde. So, jetzt müssen wir uns, hier kann ich jetzt nicht viel mehr machen, jetzt müssen wir uns mal die anderen Teile angucken. Hier ist es zum Beispiel so, dass der tatsächlich den Umriss getroffen hat. Das sieht aber komisch aus, weil hier diese helle Reflexion, die von hinten von der Softbox kam, nämlich hier in das Kinn reingeht und jetzt sieht das so aus, als hätte der eigentlich den Umriss nicht getroffen. Das müssen wir dann nachher noch bearbeiten. Das können wir jetzt in diesem Tool nicht. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, ob diese Ränder, die sind alle zu scharf. Das mache ich aber nicht hier in dem Teil mit weichen Kante, weil wenn ich hier eine weiche Kante einstelle, dann gilt das für den gesamten Umriss und nicht nur für Teile des Umrisses. Deswegen mache ich das lieber nachher händisch. Das heißt, dass ich dann noch mal ohne dieses Kanten-Verbessern-Tool hier arbeite. So, jetzt gibt es einen ganz geilen Trick, der ziemlich easy ist. Ja, aber ich könnte euch jetzt komplizierte Tricks zeigen, wie ich jetzt diese hellen Haare hier in diesem Blauton hier kriege. Brauchen wir aber gar nicht. Wir gehen jetzt einfach hier auf, wo ist denn das? Auf Farbe dekontaminieren. Hallo? Ja, und dann sieht das schon relativ gut aus. Das ist natürlich jetzt immer auf 100%. Das heißt, wir fahren das mal auf 0% zurück. Und dann klicke ich hier einfach rein, bis das passt. Ja, und das wäre jetzt ungefähr hier bei 36%. Ja, das würde mir reichen. Jetzt ist hier immer noch so ein leicht hellerer Rand. Gehen wir noch mal ein bisschen höher. Jetzt bin ich bei 42. Und das würde mir jetzt eigentlich passen. Das finde ich ganz gut. So, und hier diese Kanten, die könnten wir jetzt auch noch hier bearbeiten, indem man zum Beispiel jetzt einfach den Pinsel nimmt. Hier. Und jetzt muss man aber darauf achten, dass der Pinsel, wenn wir mit dem Pinsel an Rändern arbeiten, dann muss der die gleiche Schärfe haben. Das heißt, der ist jetzt sehr wahrscheinlich zu unscharf eingestellt. Ich mache den erstmal auf 100% scharf und gehe dann so ein bisschen in die Unschärfe. Und dann gucke ich mal, ob ich diese Kante hier, ob ich die wegmalen kann. Okay, und wenn ich jetzt zu viel reingemalt habe, dann die Alt-Taste drücken, dann kriegt der wieder dieses Minus und könnt dann von außen da nochmal so reinmalen. Das macht man aber am besten in der Maske selber mit dem Pinsel. Ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gemerkt habt, aber das Ganze war jetzt gerade ziemlich langsam. Also ich kann da nicht so sicher arbeiten. Ich glaube, das würde mir jetzt erstmal reichen. Ich klicke jetzt mal auf Okay. Jetzt wundert ihr euch, dass ich hier diese ganzen tollen Funktionen nicht benutze. Die könnt ihr natürlich alle benutzen, aber jedes Bild ist anders. Ich habe jetzt ein sehr einfaches Bild genommen. Bei anderen Bildern müsst ihr dann vielleicht hier auch mal so einen Radius oder einen intelligenten Smart-Radius einstellen und so. Wenn es zu vermeiden gilt, dann benutze ich diese ganzen Funktionen hier nicht, weil die in der Regel dazu führen, dass ich einfach zu viele Pixel verliere. Weil das ist ja das, was wir vermeiden wollen. Wir wollen möglichst viel Haare hier erhalten. Wir müssen aber welche vernichten, weil die zum Teil zu hell sind durch das Licht von hinten. Okay? Ja. So, das finde ich jetzt ganz okay. Hier ist noch so ein leichter Halo oder so, aber damit kann man leben, ja? Weil, hm, doch, ich finde, damit kann man leben. Okay. So, das Nächste ist, wir müssen darauf achten, dass unsere Kanten hier die richtige Schärfe haben. Jetzt müssen wir erstmal mit der Schärfe arbeiten, weil das Problem ist, dass ich jetzt hier ein Studiofoto habe, was natürlich jetzt in diesem Bereich hier, der mir wichtig ist, ist ja, das ist auch mit Blende 11 aufgenommen oder so, ist ja ein Passfoto, ja? Wir haben jetzt hier keine großartigen Unschärfen, ja? Also man sieht schon, dass die Haare so ein bisschen unschärfer sind, aber hier diese Kanten, die sind eigentlich ziemlich hart. Hier das T-Shirt, das ist auch unscharf. Und dieses unscharfe T-Shirt hier, das passt überhaupt nicht zu der harten Kante. Und vor allen Dingen passt das scharfe Hintergrundbild nicht zu unseren unscharfen Kanten, die wir jetzt hier erzeugen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal aus dem Hintergrundbild ein Smart-Objekt machen, ja? Weil ich mache das deswegen, weil man sich bei dieser Schärfe-Geschichte nämlich nicht unbedingt sicher sein kann, ob man das beim ersten Mal richtig einstellt. Dann wählen wir Filter, Weichzeichnungsfilter, wo ist er denn? Gauscher Weichzeichner. Und stellen uns jetzt hier, keine Ahnung, muss man mal in der Ansicht, also ich würde ja jetzt schon so auf drei oder vier sogar gehen, ne, 34 ist ein bisschen viel, ne? Sagen wir mal auf vier. Ja, das müsst ihr halt dann gucken, was ihr denkt, was passt. So, und jetzt gucken wir uns die Kanten nochmal an. Und jetzt kann ich diese Kanten ja unscharf machen, ja? Das heißt, das T-Shirt ist ja schon unscharf. Das heißt, an den Pixeln vom T-Shirt muss ich selber nichts ändern, sondern ich muss diese harte Kante hier, von, äh, die muss ich unscharf machen. So, und ich mache das mit einem ganz altmodischen Werkzeug. Natürlich könnt ihr jetzt immer Auswahlen machen und mit dem gauschen Weichzeichner, meinetwegen auch mit demselben Wert da reingehen. Das wäre vielleicht jetzt gar nicht dumm in dem Fall. Ja, aber ich benutze ganz gerne den Tropfen hier, ja? Das, ihr habt nämlich, das sind sehr wahrscheinlich Werkzeuge, die gar nicht oft benutzt werden. Weichzeichner, Scharfzeichner und Wischfinger. Ja, also den benutze ich zum Beispiel nie. Dann nehme ich lieber ein anderes Tool. Aber der Weichzeichner, den kriegt der mit N normalerweise. Den stelle ich einfach auf 100 Prozent und dann versuche ich hier irgendwie eine Pinselgröße einzustellen. Und dann fange ich an hier, da rüber zu malen. Und zwar so oft, bis ich das Gefühl habe, dass die Kante die richtige Schärfe hat. Oder Unschärfe in diesem Fall. So, damit kann man wunderbar einzelne Teile von Masken bearbeiten. Ja, manche, also das müsst ihr einfach ein paar Mal ausprobieren in verschiedenen Situationen. Da werdet ihr merken, dass dieses Tool echt geil ist. So, und dann seht ihr, es wird immer unschärfer. Das heißt, die Maske wird dadurch perfekter. Jetzt gibt es immer noch so einzelne kleine Teile, wie hier zum Beispiel. Dieser kleine Teil hier, den müsste ich dann noch mal händisch irgendwie ein bisschen wegmalen. Oder so, ja. So, und hier nicht übertreiben. Ja, da geht man auch manchmal ein paar Mal öfter drüber. Ja, weil das eigentlich auch doof ist bei einem Porträt, wenn das jetzt von hinten bis vorne total scharf ist. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man durch Unschärfe auch noch auf die wichtigen Teile eines Bildes sozusagen hinlenkt. Ja, so, und diese weißen Teile hier, die kriege ich vielleicht auch damit bearbeitet, dass ich da einfach ein paar Mal reingehe. Na, das war jetzt, ich glaube, das war jetzt einmal zu oft. Ja, das ist klar, dass ihr euch zu Hause da ein bisschen mehr Zeit und Gründlichkeit benutzt, ja, als ich das in einem Tutorial mache. Ja, das ist klar, dass ich, als ich das ausprobiert habe, da hatte ich auch eine größere Ruhe und das musste jetzt nicht perfekt stimmen, alles auf einmal, ja. So, dann geht ihr hier einfach einmal rum. Bei den Haaren mache ich das natürlich nicht. Ja, dadurch würde ich die nur zermatschen. Jetzt könnt ihr euch die Maske angucken, dann seht ihr hier, no, das ist gar nicht viel, ne. Ja, aber ihr seht, ich kann ja mal in diese Maske gehen. Warte, mir zittert irgendwie die Hand gerade. Ich kann ja mal in diese Maske gehen, weil wenn ihr auf Farbe dekontaminieren geht, in dem Dialog eben, dann erzeugt ihr eine neue Ebene, je nachdem, was ihr da einstellt, ja. Weil diese Ebene ja dann quasi, die wird destruktiv bearbeitet, dann diese Maske. Und deswegen macht Photoshop da eine neue Ebene draus. Okay, also ich habe diesen Rand hier so leicht unscharf gemacht, ja. Und ich denke, das funktioniert besser so. Okay, so viel erst mal dazu. Ich glaube jetzt zu den anderen Geschichten, wie man jetzt hier Farben angleicht und so, ich weiß gar nicht, ob das zu einem Freistellungsgeschichte irgendwie passt, ja. Weil der Trick ist einfach der, wenn ihr jetzt so ein Porträt, ja, wo das Licht auch nicht wirklich stimmt, auf so eine Landschaft freistellt, dann mag ja die Freistellung okay sein, aber ihr müsst halt das gesamte, das ganze Licht noch anpassen und solche Geschichten halt machen. Und umso mehr Looks ihr dann da drüber haut, umso mehr verwachsen diese beiden Bildebene miteinander. Und dann habt ihr irgendwann den Eindruck, oh, das ist ja ein richtiges Bild. Das ist gar nicht irgendwie ein Composing oder sowas, ja. Ich bin, wie gesagt, nicht so der super Profi da drin, aber da kenne ich auch so ein paar Tricks, aber die passen jetzt irgendwie nicht in diese Playlist. Wir bleiben jetzt einfach mal bei dieser Freistellungsgeschichte. Und heute ging es einfach um diese hellen Ränder. Manchmal habt ihr auch dunkle Ränder, ja, und damit muss man halt irgendwie lernen, umzugehen. Weil wenn man solche Ränder sieht oder solche Halos sieht oder so, dann wird das Ganze unrealistisch und man sieht sofort, dass das freigestellt wurde, ja. Und das wollt ihr natürlich eigentlich vermeiden. Eigentlich soll das so perfekt sein, dass man das nicht sieht auf den ersten Blick, ja. Ich hoffe, euch hat das geholfen. Euer Armin Staud, dann übt mal schön, ja. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.